Der Turm der Kirche St. Peter ist einer der besten Aussichtspunkte in München. Wenn ihr die 306 Stufen rauf geschafft habt, seht ihr bei schönem Wetter bis zu den Alpen. Münchens Wahrzeichen, die Frauenkirche, ist zum Greifen nah. Der Marienplatz liegt euch zu Füßen. Mehrmals am Tag strömen Schaulustige vor das neue Rathaus. Blick nach oben, Kamera raus. Das Glockenspiel ist die Touristenattraktion am Marienplatz. Und dann? Einfach loslaufen. Lasst euch treiben. München hat eine ganze Menge schöner Plätze. Der Stachus bietet an heißen Tagen sogar eine schöne Abkühlung. Draußen sein heißt in dieser Stadt immer mittendrin sein. Es gibt viele lauschige Ecken, wie hier im Glockenbachviertel. Wer will an so einem schönen Tag schon in ein Museum? Die sind doch auch von außen total schön. Ganz klassisch, die Pinakotheken. Und modern, das Museum Brandhorst. Sämtliche Sinne werden bei einem Bummel über den Viktualienmarkt angesprochen. Münchens berühmtesten Wochenmarkt. Übrigens, gleich um die Ecke wohnten früher die bayerischen Könige. Voila! Die ehemalige Residenz. Die kann man natürlich besichtigen, aber ein anderes Mal. Wir bleiben heute draußen im barocken Hofgarten. Dieser Ort darf an einem Sommertag in München auf gar keinen Fall fehlen. Der Biergarten. Mein Tipp für Sparfüchse, bringt euer eigenes Essen mit. Das ist nämlich erlaubt. Und die passende Musik gibt's auch. Wie hier am chinesischen Turm. Mehr Bayern geht nun wirklich nicht. Schon morgens um 10 geht's in den Biergärten los. Und zwar gleich schön deftig. Ich nehm Weißwurst. Das ist Frühstück auf Bayerisch. Da freu ich mich schon drauf, seitdem ich hier angekommen bin. Um die 1000 Biergärten gibt's in München. In den größten passen sagenhafte 8000 Menschen. Ich hab mir einen der kleineren ausgesucht. Das Seehaus am Englischen Garten mit nur 2500 Sitzplätzen. Im Biergarten, da ist die Welt noch in Ordnung. Gesellige, entspannte Menschen, wohin man schaut. Ich würd mal sagen, so geht bayerische Lebensart. Aber Gewissensfrage. Wäre sie ohne dieses Getränk denkbar? Das Bier. Ich glaube, da gibt's einen Zusammenhang. In München gibt's einen Ort, der für den Kult rund um den bayerischen Gerstensaft steht, wie kein anderer. Ich glaube, da gibt's einen Ort, der für den Kult, der für den Kult, der für den Kult.